Musik Der Langeweg qualitativ hochwertige Rohwaren aus aller Welt zur Herstellung der vielfältigen TKT-Sorten endet mit der Containerentladung im Werk in Düsseldorf, dem Einsatzort einer ergonomischen Förderlösung von Gawronski. Musik TKT-Sorten legt hohen Wert auf beste Bedingungen am Arbeitsplatz. Daher soll die Entladung effizient und sicher erfolgen. Gawronski hat große Erfahrung bei der Gestaltung von Prozessen der Intralogistik. Bei TKT-Sorten entladen die Packer mit der Gawronski-Lösung rund 320 Gebinde in der Stunde. Das entspricht ca. 8 Tonnen. TKT-Sorten 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 Im Rahmen des Neubaus unseres Rohwarenlagers war es das Ziel, den Entladeprozess für unser Personal effizienter und auch ergonomischer zu gestalten. Musik Hierbei konnten wir im Feinplanung mit Gawronski die Entladezeiten reduzieren und somit die Produktivität steigern und eine automatische Einzelgebindeverwiegung integrieren. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.